Die David & Goliath, sie ist eine der führenden Investorenkonferenzen in Deutschland, veranstaltet vom Schweizer Investor B2V Ventures. Zum dritten Mal luden die Schweizer nach Berlin ein, in Kooperation unter anderem mit Microsoft. Auf der Tagesordnung in diesem Jahr die Top-Themen Zukunft der Medienindustrie, die Umbrüche in den Bereichen Finance und Banking, sowie die Zukunft von Health und Life Science. Bei der B2V-Konferenz David & Goliath mit dabei das Who is Who der deutschen und europäischen VC-Szene. Außerdem Top-Speaker zum Beispiel vom World Economic Forum, von Microsoft, von GFT Technologies, sowie von Early Bird Venture Capital. David Gleicher vom World Economic Forum sagte, im Kern gehe es immer darum, Probleme zu lösen und Industrien zu helfen. Genau darum kümmerte sich das Forum mit insgesamt vier gut besetzten Panels und mehr als 150 Teilnehmern in der ganztägigen Veranstaltung hier im Humboldt-Carré in Berlin. Während es am Vormittag um die Zukunft der traditionellen Medienindustrie und um die Chancen für Fintechs in der tradierten Bankenbranche ging, beschäftigte man sich am Nachmittag mit den Themen Healthcare und Life Science, sowie mit der Zukunft der Entrepreneurs hier in Berlin und Deutschland. Mein Name ist Thomas Korb für Gründermetropole Berlin.